Moin, moin! Ich bekomme derzeit so viele Mails, wann ich die nächste Wappenaktion mache, dass ich mir direkt wieder was ausgedacht habe und wieder war der Zufall mit dabei. Zwei meiner Nachbarn haben sich die Ente ausgepickt und ich bin genau in der Mitte und finde, das sieht doch sehr lustig aus. Die nächste Aktion wird also sein, wir haben alle das gleiche Motiv und vollkommen verschiedene Muster, Farben, Formen, das ist ganz egal. Das ist jetzt noch kein Aufruf an meine Nachbarn, die Ente zu machen, sondern eine Frage an alle, welches Motiv wollen wir für diese Aktion nehmen? Was würdet ihr gerne in einer Reihe sehen mit allen erdenklichen Farben und Mustern? Also noch kein Aufruf an die Nachbarn, ihr braucht nichts ändern, sondern eine Frage an alle, schreibt mir in die Kommentare, um welches Motiv diese Aktion sich drehen soll. Die kommt dann allerdings erst in der nächsten Woche. Ich bin gespannt. Okay, bis zum nächsten Mal. Tschüss!